Mein Name ist Roman Pausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Rausch & Pausch, einem Automobilzulieferer, der hier in Selb ansässig ist. Ich selbst bin ein Gebürtiger selber, bin hier geboren und aufgewachsen, war dann zwischenzeitlich zum Studium und auch zum Arbeiten anderswo, unter anderem auch in England, Kanada und Australien und bin dann mit meiner Familie hier zurück nach Selb gezogen, weil ich der Meinung bin, dass es gerade für junge Familien ein sehr guter Ort ist, um hier leben zu können. Ich denke, Selb hat sehr viel zu bieten, gerade auch für Familien mit Kindern. Es gibt hier im Unterschied zu Großstädten keinen Mangel an Kindergarten- oder Kinderbetreuungsplätzen. Ganz im Gegenteil, man kann sich die Plätze in den einzelnen Institutionen sogar aussuchen. Außerdem muss man auch als Vorteil für eine kleine Gemeinde sagen, dass Selb, obwohl es eine Kleinstadt ist, was schulische Ausbildung anbelangt, einer Großstadt nicht nachsteht. Wir haben hervorragende Grundschulen, wir haben sehr gute Mittel- und Nealschulen und auch das Gymnasium genießt einen hervorragenden Beruf. Ein wichtiger Punkt ist es gut zu erwähnen, weil ich denke, dass viele junge Leute das unterschätzen, dass es gerade nach erfolgreicher Schulausbildung bei uns in der Gegend eine vielfältige Möglichkeit gibt, sich beruflich zu betätigen, sei es in Ausbildungsberufen oder vor allem auch in akademischen Berufen. Ich denke, es gibt hier sehr viele Firmen, die gut am Markt positioniert sind und die jungen, gut ausgebildeten Leute eine zukunftsträchtige Möglichkeit bieten, sich hier zu betätigen und den Familien damit zu ermöglichen, sich hier niederzulassen. Was uns auch auszeichnet, haben wir zwei sehr gut geführte Altenheime. Als Mix der verschiedenen Beispiele, die ich nur kurz angerissen habe, denke ich, kann man sagen, dass wir eine Gemeinde sind, in der verschiedene Generationen Dinge finden, die für sie wichtig sind, aber zum anderen auch die verschiedenen Generationen sehr gut miteinander leben können. Der ist ein Wettbewerb für sie wichtig. Bis zum nächsten Mal.